Ich hatte eigentlich den Eindruck von dem Spiel von Borussia Mönchengladbach, dass es ein Arbeitssieg war, ein erwartet schweres Spiel gegen eine Ingolstädter Mannschaft, die hinten kompakt stehen wollte und mit Nadelstichen Borussia aus der Reserve locken wollte. Das hat auch eigentlich in der ersten Halbzeit, finde ich, ganz gut funktioniert. Was die Ingolstädter gemacht hat, das zeigt auch ein bisschen die Statistik und zwar hat Borussia im Endeffekt über die 90 Minuten nur 49 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, also eine relativ ausgeglichene Statistik. Das ist besonders für ein Heimspiel natürlich etwas ungewöhnlich, weil wir sind da natürlich etwas erfolgsverwöhnt, dass da einfach immer Vollgas gegeben wird, auch die Zweikämpfe immer angegangen werden, wie sie es müssen. Das hat man besonders ja auch im Spiel gegen Bremen gesehen, dass da einfach richtig Feuer dahinter war. Aber Ingolstadt hat das geschickt gemacht, ist früh draufgegangen im Spiel, hat versucht, das Mittelfeld zu verdichten und somit natürlich auch unser Kombinationsspiel ein bisschen zu unterbinden. Nur eine Sache, die mir aufgefallen ist, die vielleicht vom Team hätte besser gemacht werden können, ist, man hat immer wieder versucht, wie wir das natürlich auch super können, den Tiki-Taka zu spielen mit kurzen Doppelpässen und einfach so sich nach vorne zu kombinieren. Das hat selten geklappt, weil die Ingolstädter natürlich einem sofort auf den Schlappen gestanden haben. Da hätte ich mir vielleicht manchmal erhofft, dass, wenn man schon so Spieler wie Johnson und auch Wendt und auch Stindl im Team hat, die den Ball einfach auch mal halten können und mit Sicherheit auch André Hahn, der den Ball auch mit dem Rücken zum Turm annehmen kann, dass man da vielleicht mal kurz den Fuß auf den Ball und nicht unbedingt dieses schnelle Spiel erzwingen möchte. Gut, im Endeffekt war es ja auch nicht schlimm, weil das Spiel wurde ja auch gewonnen. Ja, und wenn wir uns die Tore anschauen, das 1 zu 0 von Lars Stindl, war ja auch schön rausgespielt, natürlich auch ein bisschen glücklich, dass der Ball da durchgeht. Da hat er genau die Lücke gefunden bei seinem Abschluss. Interessanter wird es dann natürlich nach dieser schweren ersten Hälfte, war es wie Borussia aus der Pause kommt und auch mit welcher Mentalität sie jetzt spielen möchten. Und aus meiner Sicht ist die zweite Halbzeit dann deutlich attraktiver gewesen. Das hatte natürlich auch den Grund, dass Ingolstadt gemerkt hat, gut, wir müssen jetzt vielleicht auch was machen. Das schlägt sich dann auch im Ballbesitz nieder. Da hat Borussia 56% Ballbesitz gehabt, was natürlich auch für Borussia-Verhältnisse ein bisschen wenig ist. Die Mannschaft hat ja sehr gerne den Ball. Ja, und auch die Torschussstatistik zeigt, dass Ingolstadt einen Torschuss mehr auf den Kasten gebracht hat als Borussia. Und ja, ein paar etwas gefährlichere Aktionen waren natürlich dabei, aber ich würde sagen, im Endeffekt ist es natürlich auch in Ordnung, dass dann Borussia das Spiel gewonnen hatte, weil man hatte noch einen Pfostenschuss durch Julian Korb. Ich glaube, in der 70. Minute war das. Und auch Lars Stindl hat einmal nur den Pfosten getroffen. Und um nochmal zurückzukommen auf den Pfostenschuss von Julian Korb. Das war, wo ich im Stadion eigentlich gemerkt habe, dass Borussia jetzt nochmal, oder vielleicht auch zwei, drei Minuten vorher, dass Borussia jetzt nochmal richtig Gas gibt. Man hat einfach gemerkt, dass Ingolstadt auch mehr versucht, offensiv aktiv zu werden. Das hat Räume eröffnet, die vor allen Dingen auch Mo Dahoud dann gut getan haben, der dann ein bisschen besser ins Spiel kam, ein bisschen kombinieren konnte und auch sein Spiel, das wir aus der letzten Saison auch kennen, aufziehen konnte. Das führte dann folgerichtig dazu, dass man erstmal die große Chance durch Julian Korb hatte, wo er ein bisschen Pech hat und nur den Pfosten trifft. Aber dann natürlich auch das 2 zu 0 erzielt. Ja, und mir besonders gut hat, hat wieder auch Thorgan Hazard gefallen, der über eine Einwechslung dann reingekommen ist und André Hahn ersetzt hat. Ich hatte auch mit unterschiedlichen Leuten darüber gesprochen, wie ich einschätze, ob André Hahn oder Thorgan Hazard die bessere Wahl war. Ich meine, das kann man immer schwer sagen. Man weiß auch nicht genau, warum der Trainer genau so aufgestellt hat. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man mit Hahn jemanden vorne hat, den man auch mit hohen Bällen mal bedienen kann, der körperlich robust ist. Andererseits hat Thorgan Hazard natürlich diese unglaubliche Schnelligkeit und auch mittlerweile diesen absoluten Killerinstinkt vorm Tor. Ja, und im Endeffekt war das ein erwartet schweres Spiel aus meiner Sicht. Also ich habe auch einen ähnlichen Spielverlauf erwartet. Hatte natürlich auch die Angst, dass man vielleicht doch noch einen kassiert. Aber das ist dann ja nicht passiert. Ja, und von daher aus meiner Sicht ein wichtiger Sieg, der auch gezeigt hat, dass vielleicht die Mannschaft wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, weil man einfach auch das zu Null gehalten hat, ruhig gespielt hat, nicht hektisch geworden ist. Dann in der zweiten Halbzeit besonders auch den Kampf richtig angenommen hat und Ingolz hat Paroli geboten hat und einfach auch wieder im eigenen Haus gezeigt hat, wer der Chef ist. Und ja, die ersten beiden Tore überhaupt in der Bundesliga-Geschichte von Borussia gegen Ingolstadt. Und auch wichtige Tore, wenn man sich die tabellarische Situation jetzt anguckt, ist man nah an den Kölnern dran, in der Verfolgerposition und auch von den Bayern. Nein, aber sicherlich werden auch die nächsten Spiele enorm wichtig.